Dann sind wir wieder bei den großen Maps und bei den Anzahl der vielen Spieler. Kleinere Maps, weniger Spieler, bessere Performance, vielleicht. Die ganzen Dörfer wurden geräumt wegen Malerarbeiten. Hallo Menschen, herzlich willkommen, euer Sensor Survivor wieder hier. Und ja, heute geht es ums Thema Battlefield 2042 und warum ich es aktuell nicht mehr spielen möchte. Obwohl es mich manchmal doch noch ein bisschen reizt. Aber dann verliere ich nach einer Stunde wieder die Nerven und reg mich über jeden Fliegenschiss an der Wand auf. Gleich vor dem Weg, das sind alles jetzt meine persönlichen Meinungen, Sichtweisen, was mich persönlich so stört. Ich will euch nicht den Spaß am Spiel absprechen. Ich freue mich über jeden, der Spaß bei Battlefield 2042 hat, der es genießt und ja, einfach nur Fun hat. So, Punkt 1, was mich stört, sind die Fahrzeuge. Gleich vorweg, Fahrzeuge, finde ich, gehören zu Battlefield. Ich kenne das aus Battlefield 5, damit hatte ich ja angefangen, dann Battlefield 1. Die Fahrzeuge waren immer eine Bereicherung fürs Spiel und haben die Atmosphäre, haben immer für eine gute Atmosphäre gesorgt im Spiel. Also Battlefield wäre für mich ohne Fahrzeuge nicht vorstellbar, wäre halt kein Battlefield. Aber aktuell ist es für mich gefühlt zu viel des Guten, zu viel und zu übermächtig. Ich hatte mal eine Situation auf Umbruch, auf dieser Eismap. Da lief ich auf den Sektor C zu, kam dann an so einen Gletscher und wollte rechts vorbei. Dann kam ein Hoberkräft auf mich zu von rechts. Wollte ich links mich verstecken, weg von dem Ding, dass es mich nicht sieht, kam ein Panzer von links. Als ich dann so stand und mir überlegte, ja, was mache ich nun, hat mich ein Helikopter von oben abgeschossen. Klar, Situation ist selten, aber es ist halt aufgrund der vielen Fahrzeuge halt möglich. Und davon abgesehen hätte auch das Hoberkräft allein gereicht. Ich wäre niemals zu Fuß auf dieser Fläche davongekommen. Ein weiterer Punkt bei den Fahrzeugen ist unendliche Munition. Was mir absolut nicht in den Kopf möchte, warum? In Battlefield V musstest du als Pilot oder als Panzerfahrer an eine Versorgungsstation dich aufladen und konntest wieder an den Kampf fahren. Über ein paar Perks konntest du das halt noch ein bisschen bei den Panzern zum Beispiel erhöhte Munitionsvorräte mitnehmen oder so. Aber hier haben die Dinger unendlich Munition. Das Dumme ist, für mich als Infanterist, ich stehe irgendwann mal ohne Munition da. Dann gibt es noch nicht mal eine Versorgungsstation, wo ich hin kann für die Infanteristen, um mich dort aufzumunitionieren. Ich könnte hoffen, dass mir jemand eine Munitionskiste hinstellt. Oder ich könnte selber eine Munitionskiste mitnehmen. Aber da bin ich schon wieder bei dem Thema mit den Slots, was wir nachher noch besprechen werden. Ich könnte natürlich auch zum erschossenen Feind hinlaufen, der einen halben Kilometer irgendwo auf der Map liegt. Und versuchen dort ein bisschen Munition abzufarmen, sozusagen, die er fallen gelassen hat. Wenn ich es schaffen sollte, ohne vorher von irgendwas erschossen oder überfahren zu werden. Das andere Thema sind halt, dass die Fahrzeuge sich übermächtig anfühlen. Du konntest zum Beispiel, was ja mittlerweile geht, den Fahrer nicht aus dem Hovercraft rausschießen. Und da frage ich mich, warum ging das nicht? Warum war das nicht von Anfang an so vorgesehen? Das Ding war einfach unbesiegbar. Du konntest nichts machen. Das haben sie jetzt gefixt. Du kannst den Fahrer wohl rausschießen. Habe ich jetzt nicht mehr testen können, weil mir die Lust vergangen ist, sozusagen. Aber warum war sowas überhaupt drin? Oder das Ding konnte an einem Wenden hochfahren. Der Hochhäuser. Auf Sanduhr, zum Beispiel. Die Halleys stehen am Himmel. Das ist ja nicht so wie ein Flugzeug, was halt fliegen muss, um nicht runterzufallen. Die bleiben halt stehen. Über dem Sektor. Zwei, drei Halleys. Ballern alles runter. Da kannst du nichts einnehmen unten. Ich habe Leute gesehen beim Ansturm auf C2. Auf Orbital. Die sind gefallen, wie die fliegen. Drei Helikopter am Himmel. Und du konntest nichts machen. In Battlefield 5 war das für mich nie ein störender Faktor. Klar habe ich mal von einem Panzer oder vom Flugzeug einen aufs Maul gekriegt. Dann hieß es auch aufstehen, rappeln, weiter geht's. Es fühlte sich nie so furchtbar an. Es fühlte sich nie so hoffnungslos an. Du konntest dich immer mal irgendwo verstecken oder irgendwas machen. Wenn du Glück hattest, war die Munition gerade leer von dem Ding. Oder einer hat es weggeschossen. Und die Flugzeuge mussten auch wenden, um dich dann wieder angreifen zu können. Das brauchen die Helikopter nicht zum Beispiel. Die bleiben halt da, wo sie sind. Und sie brauchen bloß sich mitdrehen. Wenn du irgendwo hinläufst, einer kriegt dich immer dort mit dem MG. Oder die schmeißen halt ihre Raketen da raus. Dann ist hier natürlich auch, dass die, klar ging in Battlefield 5 auch, dass du mit einem Panzer ein Sektor eingenommen hast oder eine Flacke. Aber hier ist es, hier nimmt das Überhand. Es nimmt einfach, es ist, ich sehe meistens nur noch irgendwelche Fahrzeuge. Dieses Gummiboot fährt irgendwo, kommt schnell über die Map. Bist du noch nicht mal am ersten Punkt, da ist schon das erste Gummiboot da vom Gegner und nimmt die Flacke ein. Und du standest erst mal nur da und guckst, hm, gut, ich warte, bis es weg ist. Dann nehme ich den Sektor ein. So, dann kommen wir mal zu den Maps. Ja, was soll ich dazu sagen? Die Maps fühlen sich für mich viel zu groß an. Viel zu groß, viel zu leer. Mit den 128 Spielern auf der Maps sind mir auch zu viele Spieler da, von denen ich allerdings selber zu wenig sehe. Ich brauche keine 128 Spieler auf der Karte, von denen ich gefühlt am Ende nur ein Viertel sehe. Weil die restlichen Dreiviertel sich irgendwo auf der riesen Map verstreuen. Macht für mich nicht viel Sinn. Es ist einfach nur, ja, ich brauche diese 128 Leute da nicht. Dann bin ich gefühlt auch 80 Prozent meiner ganzen Spielzeit nur am Laufen über die Maps. Und wenn du irgendwo hinläufst und kurz vor deinem Ziel bist, wirst du von irgendeinem Fahrzeug überfahren oder erschossen. Weil die Dinger sind auch so schnell da, dass du auf diesen leeren Maps ja nicht mal irgendwo hinrennen kannst, dich verstecken kannst. Ich hatte mal so ein Katze-maus-Spiel mit einem Hovercraft. Aber das hat am Ende auch gewonnen, weil ich einfach nicht weg konnte. In Battlefield 5 waren die Maps auch groß und offen. Relativ offen. Aber da kam auch kein Panzer an wie vom wilden Affen gebissen und hat dich über den Haufen gefahren. Auch Kacke ist so... Du kriegst die Maps serviert, wie sie kommen. Also sprich, random. Du kannst das nicht beeinflussen. Ich habe manchmal Rands, drei Rands hintereinander auf der gleichen Map gespielt. Auf Sandur zum Beispiel. Entweder habe ich es genommen oder ich muss ab das Spiel verlassen. Also es war einfach diese Map-Rotation auch zu doof. Und auch, dass du nicht vielleicht zwei Maps anbietest und die Spieler voten, wie das auch in Battlefield 1 der Fall war oder in COD, Gold War zum Beispiel, konnten die Spieler entscheiden, welche Map wird jetzt bevorzugt gespielt. Welche möchten wir? Ist ja nicht. Dann gibt es auch zu wenig Modi, Spielmodi. Du hast Durchbruch oder Eroberung. Es gibt ja noch nicht mal Team Deathmatch, wo du einfach mal sagst, okay, ich will jetzt einfach bloß mal die kottverdammten Waffen spielen. Mal schießen üben mit diesen Waffen. Ohne jedes Mal von einem Panzer, Flugzeug, Helikopter oder sonst irgendeinem Ding zerstört zu werden. Dann kleinere Maps, weniger Spieler wäre für mich kein Halsbruch, kein Genickbruch. 64 Spieler wie bei Battlefield 5 reichen vollkommen aus. Dann die Waffen. Als ich noch gespielt habe, haben gefühlt 70% aller Spieler entweder die PP29 oder die SVK oder eine Sniper gespielt. Ab und zu hast du auch mal welche mit einem Sturmgewehr gesehen. Aber im Großen und Ganzen war die Auswahl der Waffen begrenzt auf 4 bis 5 Stück. Von den E bloß wenig Waffen, 22 Stück, die da im Spiel aktuell sind. Andere Waffen konntest du ja nicht spielen. Das war aufgrund dieses Blooms, dieser zuflächigen Streuung. Beim Sturmgewehr zum Beispiel. Es geht mir nicht in den Kopf. Wenn jemand ein gutes Aim hat, soll er doch auch gut Leute erschießen können dort. Darum geht es doch auch in dem Spiel. Ich will das doch nicht von einem Zufall entscheiden lassen. Ich glaube, das haben sie mittlerweile gefixt oder Sinn daran zu fixen. Als mit dem letzten Patch war, glaube ich, was an den Sturmgewehren gemacht worden, hat mir immer noch nicht so gefallen. Dann noch das Klassensystem, was nicht vorhanden ist. Ich habe dort, keine Ahnung, wie sich die nennen, die Typen Operator, Spezialisten. Ich weiß es nicht. Warum nicht einfach 4 Klassen wie in Battlefield 5, den Matic, den Versorger, den Aufklärer und den Sturmsoldaten. Natürlich anders bezeichnet. Von mir aus klein ist es mir Wurst. Aber so wie es jetzt ist, brauche ich es nicht. Und generell das Wiederbeleben, ich weiß jetzt nicht, wie es ist als... Wenn dir diese Oma, die ist ja Medizinerin, ob die das schneller hinbekommt, habe ich noch nicht probiert, weil ich mich weigere, diese Alte zu spielen. Aber generell das Wiederbeleben dauert mir zu lang. Das ist in dieser modernen Kriegsführung, dort mit diesen modernen Gerätschaften, modernen Waffen, kann es nicht sein, dass du dir eine Viertelstunde die Pfoten heiß reibst, bevor du deinen Maid mal auf die Beine kriegst. Da liegst du glatt daneben. Bevor der aufsteht, haben sie dich über den Haufen geschossen. Und jetzt kommt man nicht mit Realismus. Und du hast den, der braucht das und man belebt nicht so schnell jemanden wieder. Klar, dann sage ich euch aber auch, wer von der Kugel getroffen wird, steht auch nach den Reiben nicht mehr auf. Der gehört ins Krankenhaus. Dann die Performance. Die Performance ist bei mir ein Albtraum. Ich spiele manchmal mit 40 FPS, dann habe ich mal ein bisschen gebastelt noch, mein BIOS geupdatet und habe jetzt so 60 FPS. Und das bei dieser Mickey-Maus-Grafik. Ich verstehe nicht, warum, was ist das Problem. Und wahrscheinlich haben sie halt wieder damit zu tun, dass sie 128 Mann dort auf dem Acker verwalten müssen. Das ist immer wieder bei den großen Maps und bei der Anzahl der vielen Spieler. Kleinere Maps, weniger Spieler, bessere Performance. Vielleicht. Und die Grafik, das sah ja Battlefield 4 besser aus, gefühlt. Ich war beim ersten Mal, also in der Beta hatten wir ja E-Plus-Orbital als Map. Und die Erwartungen waren groß. Man hat sich gefreut, was wird noch auf uns zukommen und so weiter. Und ja, das Erste, was ich dann gesehen hatte, war Sanduhr. Mein Kumpel und ich sind vom Glauben abgefallen. Was uns dort geboten wurde. Die Map war erschreckend. Es war einfach erschreckend, diese Map zu sehen. Leer, nur Sand, in der Ferne, ein paar Hochhäuser. Um dort hinzukommen, elendslange Laufwege. In der Wüste, kleine Hütten, kleine weiße Hütten. Alle leer. In jeder eine Malerleiter. In jedem Dorf, möchte ich es mal nennen, waren die Hütten leer. Überall standen Malerleitern drin. Die ganzen Dörfer wurden geräumt wegen Malerarbeiten. Kein Tisch, kein Stuhl, nichts. Aber eine Malerleiter und zugeklebte Türen. Und dann so eine schlechte Performance. Erzähl mir keiner, dass die Grafik in Battlefield 2042 gut ist. Oder detailreich. Oder sowas. Ist einfach nur schlecht. Mittlerweile hast du dich dran gewöhnt. Aber der erste Eindruck war Katastrophe. So, dann noch kurz was zu den Slots. Und was ich am Anfang erzählt hatte. Wo man sich entscheiden musste. Oder weil man als Infanterist irgendwann ohne Munition dasteht. Man hat ja eh schon wenig Slots, die man belegen kann mit sinnvollen Sachen. Also entweder nehme ich eine Munitionskiste mit, was vernünftig wäre, damit mir die Munition nicht ausgeht. Obwohl ich wäre wahrscheinlich so schnell erschossen, dass ich keine Munitionskiste brauche, weil ich die wahrscheinlich eh nie benutzen könnte. Nehme ich dafür eine Medizinkiste mit, die gut ist, weil sie ja nicht bloß für mich allein zählt, sondern ich auch Mates oder halt Mitstreiter damit heilen kann. Oder nehme ich einen Raketenwerfer mit. Und das ist schon wieder der Punkt. Warum kann ich den Raketenwerfer nicht auf meine Zweitwaffe legen? Warum ist das keine Zweitwaffe? Warum muss ich dafür einen kostbaren Slot, also den einzigen Slot, den ich eigentlich habe, auf den anderen kann ich ja nur Granaten oder so einen Mist legen, warum muss ich da noch einen Raketenwerfer reinpacken? Ja, ich verstehe schon, man möchte das Teamspiel fördern. Der eine spielt halt, nimmt die Munitionskiste mit, der andere nimmt die Medizinkiste mit und die zwei weiteren, der eine einen Raketenwerfer, einen Gelenkten für die Dinger an der Luft und der andere für die Panzer auf der Erde. So klappt es aber irgendwie nicht. Und aus dem Grund, selbst mit meinen Freunden, mit denen ich zusammen gespielt habe, war es nicht immer möglich, dass man zusammen war. Der eine war bei Sektor X und ich war bei Sektor Y. Ganz einfach aus dem Grund, ich war tot, habe gesehen, Sektor X wird gerade von uns eingenommen, Sektor Y liegt näher an dem Sektor, der uns noch nicht gehört, also bin ich bei Sektor Y gespawnt, damit ich schneller in den noch nicht von uns besetzten Sektor gehen konnte. Ein Beispiel. Das andere ist, es hat nicht immer jeder zur gleichen Zeit Lust, wenn ich online bin, waren meine Mates vielleicht nicht online, weil sie vielleicht in der Frühschicht, eine Spätschicht hatten und in der Früh schon gespielt hatten oder ganz einfach, weil sie keinen Bock mehr auf Battlefield 2042 hatten und mit Randoms im Team zu spielen, muss ich jetzt auch nichts mehr dazu sagen. Also klappt das? Ich verstehe die Absicht, dass sie hier Teamspiel fördern, neuen Voll und Ganz, aber es klappt halt nicht. Deswegen gehört ein Granatwerfer, äh Quatsch, ein Granatwerfer nicht, sondern ein Raketenwerfer für mich als Zweitwaffe möglich in den Slot, in den Slot der Zweitwaffe und nicht in den Slot meiner Medizinkiste. Ja, das war es erstmal von mir soweit. Tja. Schade eigentlich, weil die Erwartungen waren wirklich riesengroß, ähm, es ist traurig, finde ich, wirklich traurig, ich habe mich riesig gefreut, wir haben uns alle riesig gefreut, äh, ich habe sogar 90 Euro in die, ja, in die Gold Edition investiert, ähm, heute möchte ich die Kohle einfach eigentlich nur irgendwie zurück, weil, die Enttäuschung riesengroß ist und ich glaube auch nicht, dass sie das nochmal, dass das nochmal besser wird, es wird halt nicht, wie denn auch, stellenweise ist das Map-Design sogar kacke, man hat ja auch gehört von den, von den, äh, von den Situationen auf Orbital im, im Modus Durchbruch, dass du halt den Endpunkt nicht einnehmen kannst, weil die sich da so verschanzen können, dass du als Angreifer praktisch keine Chance hast und dass das Ergebnis dieses Matches halt schon feststeht. Das ist doch traurig, einfach nur traurig und ich frage mich, wie sollen, wie sollen solche, solche Map-Designs, die halt manche Sachen so ad absurdum ziehen, wie sollen die gefixt werden? Das sind alles so Sachen, die es mir aktuell gerade verhageln in Spaß am Spiel. Sicher hatte ich auch gute Runden und hatte meinen Spaß, aber das ist halt selten für mich gewesen, viel zu selten, dass ich halt, ähm, diesen Spaß hatte und ich muss sagen, ich, ich bin halt ein Infanterist und ich, ich renne halt gern mit einem Gewehr rum und schieße mit einem, einfach nur mit einem Gewehr. Ich will nicht in einem Panzer sitzen, ich will nicht eine Million Kills mit einem Helikopter machen. Das, das reizt mich nicht. Mich reizt das, loszurennen und durch Skill, durch die Beherrschung der Waffe, durch das, durch das Erfassen der Situation, durch das Sehen der Gegner, meine Kills zu machen. Das ist mein Ding. Beim Helikopter, beim Panzer und so weiter, gehört kein Skill dazu. Da gehört Übung dazu. Aber kein Skill. Irgendwann, wenn, wenn du, wenn du genug Panzer gefahren bist, fährst du das Ding halt. Dann, dann, dann ist es halt ein Selbstläufer. Genau mit dem Helikopter oder dem Flugzeug. Das ist alles nur eine Frage der Übung. Ähm, ja und das ist aktuell schade. Und ich sehe es wirklich nicht, dass da irgendwas noch kommt bei diesen Modi. Vielversprechend ist wahrscheinlich, weiß ich auch nicht so genau, dafür habe ich es zu wenig gespielt, deswegen kann ich es hier auch nicht beurteilen und möchte ich es auch nicht. Portal oder Hazard Zone, was ich gerade sage, es bezieht sich wirklich nur auf All Out Warfare. Es gibt bestimmt viele Leute, die richtig viel Spaß mit Battlefield haben und es sei ihnen gegönnt und ich freue mich von Herzen, wenn es euch so geht. Ähm, für mich ist es allerdings die teuerste, ja, Fehlentscheidung, die teuerste Enttäuschung des Jahres 2021 und ich habe mich riesig gefreut, meine Kumpels und ich, wir haben uns riesig gefreut auf das Spiel, wir konnten es kaum erwarten und es ist doch wie sich die Dinge manchmal so entwickeln von Battlefield 2042, die Beta war so vielversprechend, man hat so positiv in die Zukunft geguckt, voller Erwartung, voller Hoffnung, voller Vorfreude und bei COD Vanguard war es genau die andere Richtung, die Beta war so eine Enttäuschung, so ein Trauerspiel und was ist jetzt draus geworden? Es macht Spaß, Vanguard macht Spaß, ich hätte es nicht für möglich gehalten und Battlefield 2042 macht mir persönlich keinen bis sehr, sehr wenig Spaß aktuell. Ich hoffe, die Jungs kriegen es gebacken, kriegen da noch ein paar Modi rein, die mehr Spaß machen, kleinere Maps, weniger Spieler, weniger Fahrzeuge oder Maps ohne Fahrzeuge, einfach bloß nur ballern, irgendwas aktuell leider für mich kein Thema mehr, Battlefield 2042. So, das war es auch von mir, ich danke euch fürs Reinschauen, freue mich über eure Kommentare, lasst mir gerne ein Abo oder Liked da, wenn ihr mögt, oder von mir aus ein Daumen nach unten, sieht man jetzt eh nicht mehr, außer in der Analyse, aber egal, sei es drum, ich freue mich auf euch und wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, Tschüssi, auch, ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.